Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66 oder auch Stunde der Wahrheit. Heute am Sabbat, 26. Mai 2018, draußen hochsommerliches, fantastisches Wetter. Heute Morgen bin ich schon um sechs aufgestanden, also nach vier Stunden Schlaf echt aus dem Bett gefallen. Konnt einfach nicht mehr weiter. Und mit der Extrazeit dachte ich mir, mache ich nochmal eine Lesung, habe mir den Michael ans Telefon geholt hier über Skype und gedacht, wir machen nochmal eine Extra-Lesung, jetzt Nummer 32 aus dem fantastischen Buch von Karl Theodor Griesinger über die verborgene Wirkung der Jesuiten seit der Gründung des Ordens bis heute, wo wir jetzt in dem dritten und letzten Buch dieses ersten Bandes angekommen sind und da gleich drin lesen werden. Nur bevor es soweit ist und ich Michael auch gleich nochmal vorstellen möchte, wollte ich nur mal eben mitteilen, dass ich aufgrund eines Kommentars von jemandem, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau war, der mir das da vorgeschlagen hat, meinte, dass es noch ein anderes Buch von Griesinger gibt über die Mysterien des Vatikan. Ja, das soll anscheinend auf archive.org als PDF stehen, da habe ich es aber nicht gefunden und er konnte mir den Link auch nicht besorgen. Also habe ich mir das jetzt frecherweise einfach über Amazon bestellt und Amazon wird mir das im Laufe der nächsten 14 Tage liefern und dann kann es sein, dass ihr euch darauf freuen könnt, dass nach dem ersten Band, den wir hier jetzt lesen, der zweite Band ja sowieso noch kommt, aber dass es dann vielleicht noch ein drittes Buch gibt über die Mysterien des Vatikan von Karl Theodor Griesinger. Das ich dann allerdings in meinen Händen halte und von daher wohl nicht mit der Kamera aufnehmen werde, sondern ein normales Audio-Video mache, wie auch bei anderen Buchlesungen. Soweit mal eben dazu zu den Neuigkeiten, weil von dem Griesinger werde ich inzwischen wirklich ein Fan. Was der uns alles mitteilt über die Geschichte der Jesuiten, ist sowas von unglaublich, sowas von spannend und sowas von einleuchtend im Zusammenhang der Geschichte im Allgemeinen, dass ich eigentlich jeden Tag dieses Buch gerne lesen würde, aber dazu fehlt mir ein wenig die Zeit. Und mein Bruder Michael, der mich über Skype begleitet, heute auch. Michael, wie geht's dir? Alles gut? Und herzlich willkommen zur Sendung. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Abonnenten von Jockler 66. Ich sitze jetzt hier gerade im kühlen Keller, habe so perfekte Situation, dass ich nicht braun werde und freue mich auf diese Lesung und sitze hier ganz keusch und fröhlich vor dem Bildschirm. Und wir haben ja heute ein ganz, ganz prickelndes Thema. Ja, ein ganz, ganz prickelndes Thema. Das hast du gut genannt. Ich will auch jetzt gar nicht groß irgendwie weiter verzögern. Ich möchte gleich weiterfahren, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, halt jetzt in dem dritten Buch anfangen. Das getitelt ist hier, die Sittlichkeit der Jesuiten auf Seite 317 im PDF oder auch das Gelübde der Keuschheit. Und das fängt an mit einem wunderschönen Gedicht, das ich probiere jetzt vernünftig euch vorzutragen. Das Motto der Jesuiten aus dem Jesuitenspiegel im Zusammenhang mit dem Gelübde, das liest sich wie folgt. Kommt die Treu vor der Jesuitenhaus, so sagt man ihr, der Wirt sei aus. Kommt die Weisheit gezogen dafür, findet sie zugeschlossen die Tür. Kommt Zucht und Ehr dieselbe Straß, sie müssen deshalb für Pass. Kommt Christenlieb und wäre gern ein, so will niemand ihr Torwart sein. Kommt Wahrheit und klopft an, so muss sie außen bleiben starren. Kommt Gerechtigkeit vor das Tor, so findet sie Ketten und Riegel vor. Kommt aber das Weibsvolk hergelossen, so stehen ihm alle Türen offen. Drum jeder, komm und schau euch an, hier ist die Deck euch abgezogen. Die Wahrheit hat nun dargetan, wie ihr bis jetzt die Welt betrogen. So kennt die Sodomieterei, die ihr verübt in euren Schulen. Doch wer mag melden ohne Scheu, euer Sündhaft unnatürlich buhlen. O Schlangenzucht, o Rattenbrut, die Witwen, die euch sind zu willen, genüge nicht, auch nicht die Glut, die ihr mit euren Nonnen pflegt, zu stillen. Aus dem Jesuitenspiegel. Viel treffender kann man das, glaube ich, gar nicht beschreiben. Wir fahren fort mit dem ersten Kapitel, also über das Keuschheitsgelübde, in dem Buch von Karl Theodor Griesinger. Vollständige Geschichte, ihre offene und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, 1866, aus dem ersten Band, das dritte Buch. Und wir fahren da fort, jetzt auf der Seite 319. Da lesen wir das erste Kapitel, der alte Mann in der Larve der Heiligkeit. Der alte Adam in der Larve der Heiligkeit. Gern hätte ich dieses Kapitel wie überhaupt dieses ganze Buch mit dem Mantel der Nacht bedeckt. Denn das abzuhandelnde Thema ist nicht so dezent, um eine Freude daran haben zu können. Allein der Wahrheit muss vor allem die Ehre gegeben werden. Und über dem, wie könnte man denn ein richtiges Urteil über den wahren Charakter des Ordens Jesu Fällen, wenn man nicht auch diese Seite ihres Tun und Schreibens, ich meine die geschlechtliche Seite, vor den Richterstuhl der Öffentlichkeit stellen würde. Ja, noch mehr. Es steht unzweifelhaft fest, dass gerade die Enthüllungen in dieser Richtung stattfanden. Das allererste Motiv waren, die Söhne Loyolas mit einem anderen Auge zu betrachten, als man sich in den ersten Zeiten ihrer Existenz angewöhnt hatte und dass der Riesenturm der jesuitischen Macht, dessen Ungeheuerlichkeit ich im vorigen Buch geschildert habe, unmöglich hätte so bald zusammenbrechen können, wenn nicht die adamitischen Ausschweifungen der heiligen Väter den Grund, auf dem der Bau ruhte, untergraben hätten. Demgemäß würde meine Geschichtsschreibung von den Jesuiten eine rein lückenhafte sein, wenn ich, dem Zartgefühle zu viel Rechnung tragend, das Buch von der Sittlichkeit der Sozietät Jesu geradezu wegfallen ließe und der Leser mag sich also immerhin darauf gefasst machen, Dinge zu hören, die ihn eben sowohl mit Ekel als mit Abscheu erfüllen müssen. Dagegen werde ich mich befleißigen, selbst das Schmutzigste so darzustellen, dass man sich die Hände daran nicht besudelt und über dem muss es mir erlaubt sein, meine Schilderungen so kurz als möglich zu fassen. Nun hier muss ich eine kurze Bemerkung zu geben zu dem Griesinger, was er hier schreibt, bevor ich jetzt weiterlese. Die treuen Schauer meines Kanals werden sich erinnern, dass ich einmal angefangen habe, das Buch zu lesen von Charles Chenequie, 50 Jahre in der Kirche Roms, auf Deutsch, und dass ich nach der ersten Lesung das enttäuscht abgebrochen habe, weil der Übersetzen der Herausgeber, damals, das ist derselbe, der übrigens die Schlachterbibel herausgibt, deswegen war ich da immer sehr, sehr misstrauisch zu, nach dem Anfang des Buches einige Kapitel rausgestrichen hat und meinte, ja, wir wollen ja hier die römisch-katholische Kirche nicht an den Pranger stellen und deswegen müssen wir jetzt hier einige Kapitel rausnehmen, die werden wir nicht in dieses Buch mit aufnehmen. Das hat mich natürlich damals ekelhaft abwenden lassen von dieser Übersetzung des Buches und ich werde mir lieber das englische Original mal reinziehen, wo diese Dinge wohl alle mal drin stehen, diese Zensur und der Griesinger macht diese Zensur hier nicht, er geht ein auf diese Dinge. Und noch ein weiterer Punkt, in dem Buch, im Englischen heißt das The Woman, the Priest and the Confessional, also die Frau, der Priester und der Beichtstuhl, im Deutschen heißt der Buch, glaube ich, nur der Beichtstuhl, auch von Charles Chenequay, findet man ganz am Ende einige Seiten mit lateinischen Sätzen darin und diese lateinischen Sätze beinhalten das, was jedem Priester gelehrt wird, was er in der Beichte Frauen und kleinen Kindern fragen soll, an Fragen, die er stellt, sexueller Art. Ich habe mal versucht, das Lateinische mit Google Translator zu übersetzen, aber das geht nicht so einfach. Wenn man denkt, man gibt das Lateinische ein und man kriegt dann eine vernünftige Übersetzung, sowohl ins Deutsche als ins Englische, das hat Google Translate nicht geschafft. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, Bruchstücke davon zu verstehen und das ist etwas, was jeden Christen sich mit Scheu davon abwenden lässt und mit Ekel davon abwenden lässt. Welche Fragen die Priester Kindern und Frauen in der Beichte, also im Beichtstuhl stellen, um Macht über sie zu bekommen und um dafür zu sorgen, die Familie im Grunde kaputt zu brechen, weil das ist der Hauptgrund dafür. Und wer das Latein mächtig ist, der kann sich das Buch der Beichtstuhl ja als PDF, glaube ich, besorgen von Charles Chenequay und kann das mal lesen und kann sich dann hinten die lateinischen Dinge angucken und der versteht es vielleicht. Also mir ist jedenfalls das Grauen eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich auch nur teilweise diese Sätze habe lesen können, was der Priester den sogenannten Büßer in der Beichte da wirklich fragt. Also da dreht sich mir als Christ absolut der Magen um. Und ich finde es sehr gut, dass Karl Theodor Griesinger hier das Problem zumindest nicht auf die lange Bank schiebt oder da irgendwelche Vorbehalte hat, sondern dass er das Kind beim Namen nennt. Und ich halte es hier mit dem Motto von Martin Luther, der gesagt hat, Friede, wenn möglich, aber die Wahrheit um jeden Preis. Hast du hierzu eine Bemerkung, Michael? Nee, ich habe mir noch nicht vorgelesen. Ich weiß ja noch gar nicht, welche schlimmen Dinge da kommen. Nee, ich habe auch nicht vorgelesen, aber hast du nur bemerkt zu dem, was ich gerade gesagt habe? Das ist die Frage. Nein, ich kann mir das schon lebhaft vorstellen. Also das Mittelalter war ja nicht umsonst so dunkel und was da alles halt passiert ist und welche Informationen dann den Leuten aus der Nase gezogen worden sind, um sie nachher gegen die, sie zu verwenden und halt einen Wissensvorsprung, Informationsvorsprung zu haben. Also ich denke, das hat sich, wie vieles, nicht geändert. Nee. Und wir müssen auch einmal ganz deutlich eben sagen, dieses Buch beschäftigt sich ja eben fast ausschließlich mit dem Jesuitenorden. Aber wenn es um sexuelle Verfehlungen geht, der Priester, dann ist das nicht beschränkt auf Jesuitenpriester. Das ist etwas, das finden wir in der ganzen römisch-katholischen Kirche. Und sehr wichtig hierbei finde ich den Punkt, dass man sich hier mal Römer Kapitel 1 durchliest in der Bibel. Da geht es um Sodomiterei. Und da hatten wir ja gerade eben schon mal in dem Gedicht ein wenig von gelesen. Sodomiterei und Pädophilie sind Resultate von dem, wie es in Römer 1 geschrieben steht, von der Idolatrie. Das Anbeten von irgendwelchen Bildnissen, anstatt den Gott im Himmel anzubeten, wie er angebetet werden will, nämlich im Geist und in der Wahrheit und nicht durch irgendwelche Abbildungen, dass man den Gott, der uns alle und die Welt und alles daran geschaffen hat, reduziert auf irgendein Abbild, das der Mensch sich schafft. Dafür wird Gott uns seine Rache auferlegen. Und diese Rache äußert sich zum Beispiel in Sodomiterei. Was ihr heutzutage wahrscheinlich mehr kennt unter dem Wort Homosexualität, schwul sein, welche Worte man auch immer daran gibt. Ich gebrauche die biblischen Worte. Es hat einen Grund, dass es die Stadt Sodom gegeben hat, von Sodomie. Und es gibt einen Grund, dass dieses Wort in der Bibel ständig wieder gebraucht wird. Und es gibt auch einen Grund, warum die Stadt nicht mehr steht. Es gibt einen Grund, warum die Stadt nicht mehr steht. Ja, ganz richtig. Nur weil wir jetzt in diesem Buch uns konzentrieren auf den Jesuitenorden, möchte ich nur eben, bevor wir da jetzt fortfahren, ganz deutlich eben den Punkt machen, es ist nicht auf den Jesuitenorden beschränkt. Es ist die ganze römisch-katholische Kirche. Und wer das nicht glaubt, der sollte seine eigenen Untersuchungen in der Hinsicht anstellen. Dem kann ich anraten, wenn er Englisch kann, geht mal auf die Seite von dem abgefallenen Sieben-Tags-Adventisten Nikolaus. Den Nachnamen kenne ich nicht. presenceofgodministry.org ist seine Webseite. Da findet ihr sehr, sehr viel über die sodomitischen Priester. Und dass zum Beispiel AIDS der Nummer 1 Todesgrund ist bei katholischen Priestern in den Vereinigten Staaten von Amerika, prozentual zur Bevölkerung gesehen. Warum? Ja, weil das eine sexuell übertragene Krankheit ist, wenn die sich gegenseitig befriedigen da. Auf sodomitische Art und Weise, wie uns der Herr verbietet. Der ganz deutlich sagt, du sollst nicht mit einem Mann liegen wie mit einer Frau. Was technisch gesehen ja gar nicht geht, aber wo man deutlich daraus versteht, was der Herr damit meint. Ja, diese sodomiterei, die eine Strafe ist für die Idolatrie, die wird hier jetzt, denke ich mal, in dem Buch kommen, deutlich besprochen, aber bezieht sich hier auf die Jesuiten und ich will ganz deutlich darauf hinweisen, das ist nicht auf die Jesuiten alleine bezogen. Das ist schon seit 2000 Jahren so, solange wie es die römisch-katholische Kirche gibt, die damals gegründet wurde von Simon, dem Zauberer. Aber da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Wer das verstehen will, der sollte sich Apostelgeschichte Kapitel 8 gut durchlesen und verstehen, dass dieser Simon, der Zauberer, damals derjenige war, der Simonie erfunden hat. Simonie ist das Kaufen von Kirchenämtern, der damals die Apostel gebeten hat, ihm doch bitte die Gabe des Heiligen Geistes zu verkaufen. Und Petrus hat ihn dann ordentlich zurechtgewiesen. Naja, und wie es dann weiterging, das kann man dann lesen in dem Buch von Ernest L. Martin, aber das ist nur in Englisch und da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Nur, den Punkt will ich hier ganz deutlich eben machen. Wir lesen hier jetzt hauptsächlich über was die Jesuiten angeht, aber nicht vergessen, die Sodomie und die Pädophilie ist außer Rand und Band in der römisch-katholischen Kirche, seitdem sie existiert. Das ist der Punkt, den ich eben machen wollte. Und jetzt werde ich ein wenig fortlesen. Es wäre zu wünschen, sagt der heilige Basilius, der große Begründer der morgenländischen Mönchsorden, dass alle die, welche das Gelübde tun, den weltlichen Wollüsten gänzlich zu entsagen, mit den Sinnen gar nichts zu schaffen hätten und derselben gleichsam entledigt würden. Aber leider mögen diese Personen auch tun, was sie wollen, so finden sie doch alle Zeit, dass sie Menschen sind und keiner von ihnen bringt es so weit, dass sich die Empfindung fleischlicher Lüste gar nicht mehr bei ihm einstellt. Ende des Zitats. Ja, auch hier kann ich wieder mal die Bibel anholen und Jesus Christus spricht darüber im Neuen Testament, dass er sagt, es gibt drei Arten von Eunuchen. Es gibt diejenigen, die so geboren sind, also mit anderen Worten, die nicht geschlechtsreif werden, die auch keinen geschlechtlichen oder sexuellen Drang spüren, weil sie so geboren sind, ja, die aufgrund eines Defekts, was auch immer, nicht in der Lage sind, sich selbst zu reproduzieren und halt unfruchtbar geboren sind und eben auch dieses sexuelle Verlangen daher nicht haben. Es gibt die Eunuchen, die von anderen Menschen Eunuchen gemacht werden, wovon man ja unter anderem zum Beispiel spricht von den Kastraten, die ja in der römisch-katholischen Kirche lange und auch heute noch, denke ich, sehr bewunderte Sänger sind, ja, in Chören und sowas, da kann man sich ja auch mal mit beschäftigen, wenn man da Interesse zu hat und es gibt solche, die es durch den Willen mit der Hilfe des Herren schaffen, sich dieser sündigen Gedanken der sexuellen Lüste zu entziehen. Diese drei Arten von Eunuchen gibt es und Jesus sagt ganz deutlich damit bei, die letztere, das ist die schwierigste Art und Weise, weil man eben auch selbst da ein bisschen sich so aufgeben muss gegenüber dem Herrn. Der hilft einem natürlich das zu machen und Paulus ist das perfekte Beispiel. Wir haben ja zwei große, bekannte Apostel, Petrus und Paulus. Petrus war ein Apostel für die Juden und Paulus war der Apostel für die Heiden und Petrus war verheiratet, hatte eine Frau, das steht in der Bibel so drin, komischerweise sagt der Papst, er will keine Frau. Wieder mal ein Grund, den Papst als Antichristen zu erkennen, aus der Wahrnehmung wie von Daniel und anderen Büchern, wie wir ja schon wissen, dass er einen Gott veneriert, den seine Vorväter nicht kannten, dass er von Frauen nichts wissen will, das steht so in der Bibel drin. Also Petrus war verheiratet, aber Paulus war es nicht. Und Paulus hatte da auch kein Problem mit. Paulus wollte auch gar nicht verheiratet sein. Paulus hat sein Leben 100% an den Herren gewidmet und an seine Apostelschaft, um durch die heidnischen Regionen zu ziehen und dort die Leute zum Christentum, zum wahren Christentum, zum Apostolischen Christentum, zum Glauben an die Bibel und Jesus Christus zu überzeugen. Das hat er gemacht sein Leben lang. Und er war einer der jenigen, die man als Beispiel davon nehmen kann, ein Eunuche des Geistes. Also es gibt die, die so geboren werden, aufgrund einer Geburtsfehler oder genetischer Fehler oder was auch immer, wie man das nennen will. Es gibt diejenigen, die von anderen Menschen zum Eunuchen gemacht werden und es gibt die Eunuchen des Geistes. Und Paulus zählt zu dem Letzteren. Das wollte ich hier nochmal anfügen, bevor wir jetzt weiterlesen. Nach dem Zitat fährt der Autor hier fort, die Wahrheit dieses Satzes bewährte sich noch an allen Zölibatären, seien sie nun Mönche und Nonnen oder gewöhnliche Weltgeistliche und Priester gewesen und dieselben hatten daher stets gewaltige Kämpfe mit ihrem Menschentum zu bestehen. Viele hielten sich wacker und töteten ihr Fleisch durch Hunger und andere Mittel. Weit mehrere dagegen vermochten dem Drange des Blutes was andere Kinder Adams und Evas auch tun. So nahm denn nach und nach die Sinnflut in den Klöstern wie bei dem Priestertum mehr und mehr überhand und zu der Zeit der Reformation war die gesamte katholische Geistlichkeit mit allem was daran hing in den tiefsten Schlamm der Wollust versunken. Jeder Mann deutete mit Fingern auf sie. Jeder Mann verachtete sie und eben in dieser ihrer grenzenlosen Liederlichkeit lag wie ich schon weiter oben andeutete ein Hauptgrund warum die Reformation so riesige Fortschritte machte. Dies wussten natürlich die Söhne Loyolas nur zu gut und eben deswegen suchten sie sich hierin den vollkommensten Gegensatz mit den anderen Mönchen den anderen Geistlichen zu stellen. Ihr klarer Verstand sagte ihnen dass es eine Sache der Unmöglichkeit für sie sei auch nur den geringsten Einfluss auf die christliche Menschheit zu bekommen sobald sie in den nämlichen Fehler verfielen wie die übrigen tonsierten Mönchern Mönche 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 Musste Musste es das Bestreben des Ordens sein diesen Ruf zu erlangen und von Ignatius an geben alle Generale die strengsten dahin zielenden Befehle Davon zeugt unter anderem die Verordnung dass die Söhne Loyolas wenn sie durch die Straßen gingen die Augen auf den Boden heften und namentlich von allen ihren begegnenden Weibern die Augen abwenden sollten So aber heißt es dann weiter etwa ein Weib an ihre Türe klopft sollen sie nicht auftun sondern der Türhüter solle sie mit kurzen Worten abweisen Begehrt die Frau einen Beichtvater so hat man sie in die Kirche zu senden und dort solle man ihr die Beichte abnehmen Dagegen hat der Pater nur durch das Gitterlein sowie mit abgewandtem Gesicht mit ihr zu reden und über dem soll alle Zeit von fern ein anderer Bruder stehen der sie zwar nicht hören aber sehen kann auf das nicht etwa anderes verhandelt werde denn nur allein die Beichte käme übrigens trotz aller Vorsicht der Fall vor dass eine Tochter der Sündigen Eva in ein Kollegium oder ein Profess Haus träte und diesen oder jenen Pater zu besuchen so hat sie einen Laienbruder alsbald an der Hand auf den sie getreten zusammen kehren und zum Hause hinaus werfen damit ja keines der Mitglieder des Ordens durch dessen Berührung verunreinigt werde Ende Zitat Hier gibt es so wahnsinnig viel was ich hierzu erzählen könnte dass das den Inhalt einer Stunde dieses normalen Videos total sprengen würde Es gibt zum Beispiel den Fall einer männlichen Person die in einem Mönchskloster hochgezogen wurde mir fällt jetzt der Name nicht ein der in seinem ganzen Leben nie ein weibliches Wesen gesehen hat und zwar weder menschlich noch tierisch wurde von allem weggehalten hat niemals ein weibliches Wesen gesehen in seinem ganzen Leben wurde in einem Kloster erzogen Ein anderer Fall der vielleicht interessant ist das Anfang des 19. Jahrhunderts war es als Napoleon in Spanien einfiel unter anderem und es kann auch später noch mal gewesen sein zu Anfang des 20. Jahrhunderts aber es war jedenfalls im 19. Jahrhundert bin ich ziemlich sicher dass sie da die Klöster aufgelöst hatten und zwar Klöster von Mönchen und von Nonnen wo sie unterirdisch Gänge gefunden hatten die die beiden Klöster miteinander verbunden hatten und nicht nur Gänge gefunden haben sondern dass Kammern gefunden haben die voll waren mit Babyleichen die hauptsächlich erstickt wurden kurz nach ihrem Tode also wo die Mönche mit den Nonnen Unzucht getrieben haben und das Ergebnis dieser Unzucht haben sie da unter der Erde vergraben das könnt ihr auch gerne mal selbst raussuchen aber so unzüchtig ist die römisch katholische Kirche und wenn hier jetzt steht dass hier also Regeln gibt nach dem Motto dass ein Lionbruder als bald an der Hand hinaus die Frau herausführen muss und den Staub dahinter wegkehren muss und so weiter und so weiter das ist ja alles ganz schön in der Theorie aber in der Praxis überhaupt nicht so wahr und da kommt er noch zu dass das ist auch ein ganz wichtiger Punkt dass was wollte ich jetzt sagen ein ganz wichtiger Punkt und dann und dann verliere ich eben den Draht hier dass die Beichte die Ohrenbeichte um die es hier ja geht durch die Jesuiten erst als Sakrament im Grunde eingeführt wurde auch etwas was ich erst letztens gelernt habe durch Tom Fress nochmal zuzuhören in einer seiner Lesungen ja gut Michael du siehst wo wir sind hier bei also streng lauteten die Vorschriften der Generäle über das Verhalten der Ordensmitglieder gegenüber dem weiblichen Geschlechte und da blinder Gehorsam die erste Regel war Perende Ak Kadaver Kadaver Gehorsam so wurden dieselbigen Vorschriften auch wirklich befolgt ja zumindest nach außen hin kannst du hier eben übernehmen ich muss nämlich mal ganz kurz eine Pause einlegen ich lese einfach mal weiter ok dankeschön ok gerne ja jetzt bin ich mit Hochdeutsch dran es war also eine helle Freude wenn man die Herren Patris nur ansah denn sie hielten sich mit Augen Ohren Zungen und Händen so züchtiglich als wären sie gar nicht vom Weibe geboren und selbst den schönsten und jüngsten Jungfrauen gegenüber benahmen sie sich wie Blinde und Stumme ja es schien als ob sie dem ganzen weiblichen Geschlechte den tiefsten Hass geschworen hätten und wenn sie je vor den Leuten mit einer Frau oder Jungfrau zu sprechen gezwungen wurden so taten sie dies mit einer Verachtung Sondergleichen indem sie nicht undeutlich merken ließen dass sie die sämtlichen Töchter Evas für von Gott verworfene Kreaturen hielten denen sie ewige Verdammnis gewiss sei bei so bewandten Umständen darf man sich nicht wundern wenn die Christenheit des Ruhmes der Jesuiten voll wurde und wenn sogar nicht wenige anfingen sie als halbe heilige zu verehren auch sorgten sie selbst mit allem Eifer dafür dass dieser Ruhm recht vielfach besprochen wurde und insbesondere schrieben sie Erzählungen über ihre Enthaltsamkeitstugend nieder bei deren Lesung das gemeine Volk ganz außer sich kommen musste weil nämlich ihre Tugend so gar groß war so lautete das Lob dass sie sich selbst gaben standen sie in ganz außergewöhnlicher Gnade bei der Jungfrau Maria und dieselbe bewies durch bewies dies durch gewisse Aufmerksamkeiten die sie einzelnen von ihnen erwies so erschien zum Beispiel dem Pater Viraldus in der St. Paulskirche zu Rom am hellen Mittag ein Engel vom Himmel und überbrachte ihm von Seiten der Mutter Gottes nebst vielen Größen einen Gürtel welcher die Eigenschaft hatte dass jedem der ihn auch nur berührte alle sinnlichen Gedanken sofort verging da kommt der Keuschheitsgürtel wahrscheinlich her ja sozusagen ja gut dankeschön dass du übernommen hast ich muss mir irgendwann mal einen Katheter legen von hier zur Toilette wenn man viel trinkt das ist gut für die Gesundheit aber alles was reingeht muss auch wieder raus Entschuldigung aber schön dass Michael das eben übernommen konnte ich habe das übernommen aber ich habe mich hoffentlich nicht dabei übernommen okay nein sicherlich nicht also dero halber steht hier also ich gehe mal davon aus dass es deshalb heute heißen würde musste auch Beraldus das wunderbare Kleinod auf Befehl seines Generals in eine Menge von kleinen Stücken zerschneiden und tiefe Stücklein und diese Stücklein wurden dann soweit sie reichten in den jesuitischen Kollegien verteilt wo sich aber ein derartiges Stücklein befand da konnte gegen die Keuschheit gar nicht mehr gesündigt werden sondern es herrschte da eine wahrhaft paradiesische Unschuld was ist denn bitteschön eine paradiesische Unschuld als Adam und Eva im Paradies gelebt haben wo der Herr sie geschaffen hat im Garten von Eden was war denn da bitteschön eine Unschuld wenn eine der allerersten Taten die war dass Gott die Hochzeit oder die Heirat die Ehe zwischen Mann und Frau initiiert hat und Adam zu der Erkenntnis kam dafür nämlich für eine Frau wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird zu seiner Frau halten dass die beiden ein Fleisch werden was hat denn das mit Unschuld zu tun in dem Sinne wie es hier steht paradiesische Unschuld naja das hat vielleicht damit zu tun dass wir uns vielleicht mal darauf besinnen sollten dass Sex eine paradiesische Einrichtung ist möchte ich mal sagen eine göttliche Einrichtung ist aber ordiniert und limitiert zwischen einem Mann und einer Frau und das ist etwas was wir heute in der Welt komischerweise so gut wie überhaupt nicht mehr irgendwo erleben ich habe gestern noch gestern oder vorgestern im Fernsehen kurz irgendwas gesehen da ging es um Demonstrationen über Abtreibung ich glaube in Brasilien oder so war das da habe ich wie gesagt das ist eine Diskussion die braucht ein Christ überhaupt nicht führen weil wenn man ein christliches Leben lebt dann gibt es gar keine Not um abzutreiben weil dann gibt es gar keinen Sex außerhalb der Ehe und das ist eben das größte Problem dieses Keuschheitsgelübde das die Jesuiten ablegen dieses Keuschheitsgelübde das römisch-katholische Priester oder überhaupt jeder der im römisch-katholischen Klerus beschäftigt ist ablegen muss dieses Zölibat wie sie es nennen dieses Keuschheitsgelübde das die ablegen müssen geht gegen die Natur es der Mensch ist dafür geschaffen von Gott geschaffen um einen Helfer oder in diesem Fall eine Helferin zu haben dafür hat Gott die Frau überhaupt erst erschaffen wenn wir uns das in Genesis nochmal anschauen da steht ich möchte nicht dass der Mann alleine ist ich werde ihm eine Gehilfin schaffen das war die Absicht und da hat er von allen Tieren hat Gott jedes Tier vor Adam geschaffen deswegen ist Adam der einzige Mensch auf dieser Erde der jemals gesehen hat wie Gott etwas geschaffen hat aus dem Nichts könnt ihr ja gerne in Genesis nachlesen ein wundervolles Buch in der Bibel und hat aber aus allem was er da geschaffen hat keine Hilfe für Adam gefunden bis er dann gesagt hat gut dann schneide ich ihm eben ein Stück von seinem eigenen Fleisch und forme daraus seine Partnerin und Adam als er sie gesehen hat sagte oh dafür wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen um zu seiner Frau zu halten und mit ihr ein Fleisch zu sein es ist also absolut natürlich und es hat überhaupt nichts mit einer sogenannten zwischen Anführungszeichen ganz mal Unschuld zu tun aber der Sex in der Ehe so wie sie von Gott ordiniert ist ist unschuldig und es ist die schönste Sache der Welt die nur durch den Teufel und den Antichristen in dieser Welt entstellt wird durch alles was im Schlafzimmer passiert zwischen einem verheirateten Mann und einer verheirateten Frau die miteinander verheiratet sind das nämlich ganz deutlich versteht nicht dass ein verheirateter Mann mit einer anderen verheirateten Frau zusammen liegt also ganz deutlich die zwei sind miteinander verheiratet was da im Schlafzimmer passiert das ist deren Sache da hat Gott auch keine Regeln aufgestellt diese römisch-katholische Regel nach dem Motto Sex ist nur dann zugelassen wenn es geht um sich zu vervielfältigen also um sich zu vermehren das ist eine typisch römisch-katholische Lehre da steht es in der Bibel nicht drin in der Bibel steht drin seid fruchtbar und mehret euch da steht aber nicht drin habt nur Sex um euch zu vermehren okay es gibt eine Stelle wo Gott denjenigen tötet der seinen Samen mit Absicht der Frau vorenthält aber da muss man bitte schon das ganze Kapitel lesen und da wird man verstehen dass er das nicht tut weil er der Frau den Samen vorenthält sondern dass Gott das tut weil er das absichtlich vorenthält also mit der Frau Sex hat mit der er nicht verheiratet ist in der Absicht keine Kinder zu machen also mit daher die Ehe bricht ja und das ist im Grunde dieses ganze Sex Getue ist so einfach zu erklären biblisch jeder Sex außerhalb der Ehe ist Unzucht jeder Sex so das heißt Sex vor der Ehe ist Unzucht Sex außerhalb der Ehe ist Unzucht und deswegen sagt Jesus auch du hast deine Frau schon betrogen wenn du nach einer anderen Frau nur schaust weil du die Begierde hast Begierde ist ja auch wie wir wissen aus dem 10. Geburt du sollst ja nichts begehren was deines Nachbarn ist oder auch seines Frau nicht also du sollst keine anderen Frauen begehren außer die die du selbst hast das ist Sünde der Punkt den ich machen will ich hoffe dass das wird hier gut verstanden ist Sex ist eine wunderbare von Gott ordinierte Sache für den Menschen aber der Mensch und vor allen Dingen der vom Teufel geleitete Mensch hat dafür gesorgt dass das in den Schmutz gezogen wird vor allen Dingen wenn wir in die heutige Zeit gucken mit Pornografie und was es nicht sonst noch alles gibt auf dieser Welt hat mich immer erstaunt die Amerikaner die ja so angeblich ein protestantisches Land sind angeblich so gottestreu sind wenn du da in Miami als Frau oben ohne auf dem Strand rund läufst dann kriegst du eine schwere Geldbuße oder wirst sogar in den Knast gesteckt aber gleichzeitig hat Amerika die größte Pornoindustrie der ganzen Welt heuchlerisch und genau das ist was diese Welt heute ist und genau das ist was die römisch-katholische Kirche war ist und immer sein wird heuchlerisch das Gute vorstellen aber das Schlechte meinen mit anderen Worten von Gutem das Schlechte machen und vom Schlechten das Gute machen genau wie es in der Bibel geschrieben steht und da wollte ich doch nochmal eben kurz drauf eingehen bevor wir jetzt hier weiterlesen hast du vielleicht noch einen Kommentar dazu Michael den spare ich mir fürs Ende auf denn der ist genauso lang wie deiner okay das kannst du dann gerne tun dann lese ich jetzt in diesem Fall hier jetzt mal eben fort einem anderen Ordensmitglied dem Pater Julius der anno 1585 im Collegium Romanum Professor war erschien alle Macht einer wunderbar alle Nacht eine wunderbar schöne Jungfrau die gar zierlich auf der Laute spielte und ihn anreizte mit ihr der Liebe zu pflegen der Pater klagte seine Not dem Rektor und dieser wies ihn an sobald die Jungfrau wieder erscheine aufzustehen und sich so lange zu geißeln bis sie verschwunden sei natürlich befolgte der Pater gleich in der nächsten Nacht diese Weisung und geißelte sich so furchtbar dass das Blut in Strömen floss da hörte die Jungfrau aufzuspielen und sagte mit lieblicher Stimme oh frommer Pater ich bin der Jungfrau Maria ja Magd und diese hat mich gesendet dass ich dich in deiner Keuschheit versuchen sollte du aber hast ritterlich gekämpft und ritterlich überwunden darum siehe da nimm diesen Kranz der Jungfrauschaft welchen wir die heilige Mutter welchen dir die heilige Mutter Gottes sendet und bleibe beständig wie bisher damit du dereinstens in dem Chor der keuschen reinen Jungfrauen die unverwältige Krone des ewigen Lebens empfangen mit diesen Worten verschwand sie und ward fortan nicht mehr gesehen den Kranz dagegen der aus mancherlei wunderbar herrlichen und ewig unvergänglichen Blumen bestand ließ sie zurück und derselbige hatte ganz die nämliche Wirkung wie der Keuschheitsgürtel des Pater Bekanus aus Hochachtung übrigens für die Jungfrau Maria und weil die Blumen sogar so schön waren zerstückelte man ihn nicht sondern legte ihn später zu den anderen Heiligtümern deren sich der Orden Jesu zu erfreuen hat und dort verblieb er in immerwährend sich gleichbleibender Frische ja genauso wie viele römisch-katholische Kirchen behaupten ein Stück der Vorhaut Jesu Christi zu haben oder ein Stück des echten Kreuzes von Jesu Christi zu haben wenn man all die zusammenlegen würde diese Stücke des Holzes dann kann man da eine neue Arche draus bauen also diese Reliquien das ist genau das was ich am Anfang meinte das ist das wie es in der Bibel geschrieben steht du sollst dir keine Abbildung machen von irgendwas was im Himmel was auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist du sollst dich dazu nicht niederknien und du sollst sie nicht anbeten du sollst dir keine Abbildung machen und du sollst auch keine Idole haben und diese Reliquien sind ja nichts anderes als Idole ganz ähnliche Historien kursierten doch noch viele und in jeder derselben wurden die Söhne Loyolas als wahre überirdische Wesen hingestellt die nur mit den Erzengeln Michael Gabriel und Raphael zu vergleichen wären ja eines dieser Selbstlobbüchlein behauptet gar dass der Orden Jesu über alle Gebrechen des Menschentums erhaben sei und dass daher so oft ein Mitglied desselben auf dem Tod liege Jesus Christus in Person vor sein Bett trete um die Seele des Sterbenden in Empfang zu nehmen das ist die unsterbliche Seele ist eine babylonische Lehre und weder Jesus Christus noch sonst irgendjemand steht irgendwo vor einem Bett wenn jemand stirbt und nimmt irgendeine Seele in Empfang absoluter Quatsch gut wir schauen eben mal dass hier in einer Fußnote darauf beigeschrieben steht diese Schrift also von wir jetzt gerade hier gesprochen haben dieses Selbstlob Büchlein führt den Titel Imago Primi Seculi Societatis Resu oder Bild der Gesellschaft Jesu im ersten Jahrhundert ihres Bestehens doch die Jesuiten sich selbst doch je mehr die Jesuiten sich selbst mit Lob überschütteten umso auffallender kontrastierte sie damit damit die da und dort schon in den ersten Jahrhunderten ihres Daseins auftauchende Meinung als ob alle diese Herrlichkeit nur eine äußerliche nur was man sagt eine Scheinheiligkeit sei scheinheilig sind sie von A bis Z bis zum Mark ihrer Knochen ihr Augen niederschlagen hieß es wenn ihnen ein Weib begegnet ihr verachtungsvolles reden von dem anderen Geschlecht und überhaupt ihr ganzes gebaren als ob sie nie eine männliche Regung verspürten all dies ist nur gemacht die Menschheit zu täuschen und heimlich in stillen Gemärchen genießen sie jedwede Freude welche der Umgang mit Evas Töchtern nur immer gewähren kann ja ich muss ich muss hier mal eben ein Bild raussuchen das möchte ich euch gerne zu hierzu zeigen ich glaube das passt ganz gut in das was wir jetzt gerade lesen das heißt ich habe das unter dem Namen irgendwas mit Priester abgespeichert und ich habe das in anderen Lesungen bereits gebraucht ich meine das war in Luther 2017 der Priester und die Frau hier mal eben sehen ob ich das Bild hier gleich finde das hier das wollte ich euch gerne mal zeigen übrigens auch das hier mache ich mal eben auf das ist hier ein Bild von der prieslichen Zölibat habe ich auch schon mal in ein paar Videos gebraucht und dieses hier finde ich auch immer ganz lustig die zwei Nonnen die miteinander sprechen und die eine Nonne ist schwanger und die andere Nonne fragt die schwangere Nonne welcher Vater ist der Vater ja manchmal muss man die Dinge auch ein wenig mit Humor sehen aber ich kann euch versichern das Kapitel was wir im Augenblick am lesen sind das hat mit Humor überhaupt nichts zu tun aber ich versuche mir doch hier und da noch mal ein wenig zu bewahren und dann passt so ein Bild da schon mal ganz gut dazu also dieses Bild hier von dem Priester an der Brust einer Prostituierten das ich bereits in Luther 2017 Video glaube ich mal gebraucht habe lasse ich mal eben eingeblendet hier weil das gibt im Grunde genau diese Scheinheiligkeit der römisch-katholischen nicht nur der jesuitischen versteht mich da bitte korrekt nicht nur der jesuitischen sondern wirklich der römisch-katholischen Priesterschaft wieder ja fährt der Auto fort sie tun dies sogar ohne irgendwelche gewissensbisse zu verspüren denn sie haben ihre eigenen Moral Grundsätze und lachen über die oder meinen Gott habe eine Freude an denen die ihr Fleisch kasteien solche Meinungen tauchten schon sehr früher auf obwohl allerdings nicht bei vielen sondern nur bei einzelnen wenigen allein diese wenigen gaben sich dann die Mühe das Leben der Jesuiten recht genau zu beobachten und infolgedessen kamen Dinge zu Tage durch welche selbst die schlimmsten Vermutungen bestätigt wurden hören wir was ihnen zum Beispiel bereits im Jahre 1560 in Montepulciano einem Städtchen im Toskanischen begegnete dort hatten sie von den milden Beiträgen welche ihnen in Menge zuflossen ein Kollegium gegründet und darum stand der Bau nebst der daran stoßenden Kirche so drängte sich alles in ihre Beichtstühle und kaum stand der Bau nebst der daran stoßenden Kirche so drängte sich alles in ihre Beichtstühle insbesondere mussten sich die Herren Patres des Vertrauens der Montepulcianerinnen bemächtigen und Jungfrauen wie Frauen beichteten ihnen mit der liebenswürdigsten Offenherzigkeit und hier nochmal eben kurz die Anmerkung von mir lest das Buch der Beichtstuhl von Charles Chenequie und ihr versteht was die Frauen da alle mal beichteten welche sexuellen Gelüste die auch haben die dann von den Priestern missbraucht wurden und werden und Charles Chenequie der selbst 50 Jahre in der Kirche Roms durchgebracht hat hat das alles aufgezeichnet in seinem Buch der Beichtstuhl So entstanden fährt der Autor fort nach und nach verschiedene zärtliche Verhältnisse zwischen Beichtigern und Beichtigerinnen Ich glaube es ist in dem Buch der Beichtstuhl Kapitel 3 oder Kapitel 5 das habe ich in Englisch mal in einer Sendung gelesen wo eine Frau sich so in ihren Beichtvater verliebt dass sie dafür ihre Familie verlässt und zwar vorgibt ertrunken zu sein und dann mit ihm in eine andere Stadt zieht und sich als Junge verkleidet um ihm mehr oder weniger dienen zu können wie gesagt das Buch der Beichtstuhl sollte man gelesen haben echt interessant so entstanden nach und nach verschiedene zärtliche Verhältnisse zwischen Beichtigern und Beichtigerinnen wie also Charles Chennecree hier im 19. Jahrhundert beschrieben hat in dem Buch der Beichtstuhl allein beide Teile wussten sich so gut zu verstellen dass obwohl man da oder dort etwas munkelte nach längerer noch längere doch längere Zeit alles ziemlich verborgen blieb bis endlich die Eifersucht einer alten Jungfer dem Fass den Boden eindrückte der Rektor des Kollegiums nämlich mit Namen Johann Gombart Gombart ist das ein G oder Sombart ja ich denke auch ein G mit Namen Johann Gombart hatte es mit zwei Schwestern zugleich zu tun einer älteren und einer jüngeren und verteilte anfangs seine Liebkosungen ziemlich gleichmäßig später jedoch begünstigte er das jüngere Beichtkind ziemlich auffallend und das ältere geriet darüber so in Wut dass es den ganzen Handel dem Bruder entdeckte der Bruder verbot sofort seinen beiden Schwestern allen Umgang mit dem Rektor sowohl im Beichtstuhl als außerhalb desselben und wurde zugleich beim Bischof klagbar dieser aber ließ unversehens Haussuchung im Kollegium halten und nun entdeckte man eine Menge von galanten Liebesbriefen welche zwischen den Jesuiten und ihren weiblichen Beichtkindern gewechselt worden waren zu gleicher Zeit wurde es ruchbar dass einer der frommen Väter einer Dame bei einem Besuch habe Gewalt antun wollen ohne jedoch zum Ziele gekommen zu sein dass dagegen ein anderer dieses Verbrechen an einem armen Mädchen auf dem freien Felde wirklich begangen habe während ein dritter sich abends aus dem Kollegium stahl um die Nacht bei einer berüchtigten Kurtisane zuzubringen Nun geriet natürlich ganz Montepulciano in Aufruhr und wenig hätte gefehlt so würde man das jesuitische Kollegium gestürmt haben doch besannen sich die Einwohner bald eines Besseren und überließen die Bestrafung der Schuldigen dem bischöflichen Stuhle der sofort zu einer scharfen Untersuchung schritt diese wartete aber der Rektor Gombard nicht ab sondern er entfloh vielmehr bei Nacht und Nebel und der General Lainez stieß ihn sofort aus dem Orden den übrigen Herrn Patribus aber geschah nichts anderes als dass man sie in andere Kollegien versetzte denn das zu Montepulciano musste geschlossen werden weil die Einwohner ihnen alles Einkommen entzogen und jeden Umgang mit dessen Bewohnern unbedingt abschnitten auch hier kann ich nicht helfen muss ich nochmal einen Kommentar geben wir haben hier gerade eben ganz ganz toll diesen einen Satz gelesen den übrigen Patries aber geschah nichts als dass man sie in andere Kollegien versetzte wenn ihr euch mal mit der pädophilen Agenda des Vatikan beschäftigt und ihr folgt solchen Leuten wie Kevin Arnett die versucht haben selbst vor dem Weltgericht den Vatikan vor das Gericht zu ziehen was natürlich nicht klappt weil der Papst sagt er ist der Richter aller Menschen ohne selbst von einem Menschen gerichtet werden zu heißt ne 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 tipp ja wenn ich das wüsste da komme ich jetzt echt nicht drauf ich habe den Film mal gesehen der ist auch gar nicht so alt der ist erst ein paar Jahre alt und ich komme jetzt aber wirklich nicht auf den Titel des Films das tut mir leid das ist eben so mit Live Video wenn man sich nicht vorbereitet dann kann man nicht auf alles kommen und der Titel also es geht auf jeden Fall um in Boston in den Vereinigten Staaten von Amerika um einen pädophilen Ring innerhalb der römisch katholischen Kirche also die Priester in Boston und zwar eine hohe Prozentszahl aller Priester wird hier nachgewiesen dass sie pädophilische Aktionen ausgeführt haben mit ihnen schutzbefohlenen Kindern ja Scott Light kann das sein Spot Light danke genau der ist das der Film und was ist das Resultat und das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Film der natürlich auch nicht mit einem sogenannten Happy End endet nach dem Motto von jetzt ist die Pädophilie aber vorbei und jeder Priester angeklagt und verurteilt und hat die gerechte Strafe bekommen wenn es dafür überhaupt eine gerechte Strafe vom Menschen her geben kann für solche Sachen weil schließlich wird mit dieser Pädophilie der Charakter eines Kindes dermaßen verändert dass daraus ein ganz anderer Mensch wird als er ursprünglich hätte werden können und solche Leute sind von Grund auf anderen verdorben und das ohne ihre eigene Hilfe aber brauchen oftmals ihr ganzes Leben lang psychologische Hilfe aber der Punkt auf den ich hinaus wollte ist die Priester werden einfach versetzt in eine andere wie nennt man das Parochie was ist das Parochie ist flämisch was heißt das Diakonie oder so ja weiß ich nicht also in einen anderen Kirchenkreis wie auch immer kriegen eine andere Gemeinde werden eine andere Gemeinde versetzt oder was auch immer und das ist heute noch immer Gang und Gäbe hier in Belgien ist auch ein ganz tolles Beispiel hier wurden bereits verschiedene Priester und alles der Pädophilie bezichtigt und das einzige was man nachher gemerkt ist von oh der ist jetzt aus der Kirche weg den haben sie irgendwo anders hin versetzt so passiert das heute auch noch und wisst ihr warum weil römisch katholisches Recht über dem Zivilrecht steht und das Zivilrecht die Möglichkeit gar nicht hat um jemanden aus dem Klerus zu verurteilen sondern die Kirche kann das nur tun und wenn man sich unter Kirchenrecht stellt dann sorgt die Kirche dafür dass du eben auch im Schutz bist ähm Papst Franziskus ist Papst gewesen weil man ihn vor Gericht zerren wollte wegen seiner Rolle in dem schmutzigen Krieg in Argentinien in den 80er Jahren mit über 30.000 Toten die die Jesuiten da alleine zu verantworten hatten die sie teilweise lebendig aus Flugzeugen und Helikoptern geschmissen haben über Meer ja könnt ihr euch ja mal erkundigen über den dreckigen Krieg der Papst davor wo die Bild-Zeitung getitelt hat im 2005 wir sind Papst Benedikt der 16. Kardinal Ratzinger der 25 Jahre Vorsitzender der Glaubenskongregation war also dieser neue schöne Name den sie für die Inquisition erfunden hatten der wurde zum Papst gemacht weil ihm die Kriminaltechnologen auf die Spur gekommen sind über einen pädophilen Ring und um ihn zu schützen wurde er halt Papst gemacht dann bis er nämlich nicht mehr antastbar ja und so gibt es in der Vergangenheit noch viele viele Fälle von Päpsten die halt ich sag jetzt mal befördert wurden zu diesen Posten eben aus solchen oder anderen ähnlichen Gründen ja die werden einfach versetzt wie der Autor das hier auch schreibt man hat sie in andere Kollegien versetzt nicht nur in diesem Fall weil das in Montepulciano jetzt geschlossen werden musste sondern weil ein solcher Priester für die Gemeinde dann nicht mehr tragbar ist und ja man gibt den man schickt die dann in eine andere Kirchengemeinschaft also schickt den Priester in eine andere Gemeinde und die wissen ja noch nichts von dem und dann fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an das mal eben das Kind mal eben deutlich beim Namen zu nennen so mal eben gucken wie weit sind wir denn schon in unserer Lesung oh schon 50 Minuten fast uiuiui schade ich bin gerade so richtig am warm werden hier also werden wir noch mal den nächsten Absatz lesen und dann vielleicht mal beenden weil uns ja mein Freund Michael angekündigt hat dass er auch noch einen schönen Kommentar zum Schluss hat das ist aber ein langer Absatz hier gut ich fange trotzdem an das war gewiss eine hässliche Geschichte über Montepulciano was man heute eigentlich nur noch vom Wein her kennt da spricht ja keiner mehr von irgendwelchen Pädophilie oder sexuellen Skandalen der römisch-katholischen Kirche von damals das war eine gewiss eine hässliche Geschichte allein ihr folgten bald noch viel hässlichere und gemeinere und dieselben kursierten wie ein Lauffeuer durch die ganze zivilisierte Welt das sollte man auch zwischen Anführungsstriche setzen so dass die heilige Sozietät Mühe hatte sich vor dem üblen Geruch der von ihr ausströmte zu wahren so kam die Geschichte des Pater Maiotius der sich in seinem schönen Beichtkinde der Müllerin von Asenai bei Burge ja das wird wohl im Französischen sein Asenai bei Burge verging in jedermanns Mund und es erschien sogar anno 1576 eine eigene Broschüre über das Skandalum also über diesen Skandal noch ärger wurde das Ärgernis als die Jesuiten sich ihres Bruders annahmen und das Verhältnis zu der Müllerin als das eines Vaters zu seinem Kinde darzustellen suchten denn nun regnete es mit Satiren Satiren und die beißendste derselbe war die welche anno 1610 unter dem Titel Dank Dankadresse der Butterhändlerinnen von Paris von Paris an Herrn Courbusson Lobredner der Gesellschaft Jesu erschien So wurde es mit der Zeit ruchbar dass der Vater Peter Galess Rektor des Kollegiums von Bordeaux sich in seinem Beichtregister ein eigenes Journal anlegte worin er die schönsten seiner Beichtkinder mit Namen verzeichnete und zugleich die Schäferstunde notierte welche er mit ihnen feierte So kam es seiner Zeit zu Tag dass der Pater Fronton Gadauta Rektor des Fontanschen Kollegiums und ein Amtsnachfolger Peter Renier jeden Tag in der Woche mit ihren Damen die sie sich aus den Vornehmsten der Stadt auslasen abwechselten und gewöhnlich sich vier bis fünf Stunden des Mittags mit denselben einschloss So stellte sich ein gewisses sehr üppiges Frauenzimmer in Poitiers durch volle zehn Jahre hindurch krank und ließ jeden Tag abwechslungsweise die Patres Bonnet und Danceron holen indem sie lächelnd erklärte diese beiden frommen Väter hätten die besten Krankentröster hätten die besten Krankentröster am Leibe welche sie noch je verspürt habe So gelang es man muss hier zwischen den Zeilen lesen um es zu verstehen aber nicht so sehr ich meine viele viele Tücher wündete hier der Griesinger nicht um die Wahrheit sie hätten die besten Krankentröster am Leibe welche sie noch je verspürt habe ein Schelm der Böses dabei denkt so gelang es den Pater Gallusin Professor am Kollegium zu Metz endlich nach langen Bemühungen halb durch Überredung halb durch Gewalt über die Unschuld der Tochter des königlichen Gouverneurs zu triumphieren allein da er dabei nicht vorsichtig genug war so wurde das Liebesperlein überrascht und die Folge war dass der Gouverneur in seiner Wut dem Verführer die Ohren abschneiden ließ so stiftete der Vater Gilbert Rousseau in der Stadt Narak in welcher er als geheimer Agent des Ordens geschickt wurde mit einer Wäscherin ein solches Freundschaftsbündnis dass dieselbe in andere Umstände kam und nun von ihm den sie für nichts weniger als einen katholischen Geistlichen hielt verlangte geheiratet zu werden natürlich konnte ihr der Pater nicht will fahren und der Handel kam sofort vor Gericht allein der kluge Jesuit stellte Geld und gute Worte vermögen vieles einen anderen einen Holzspelter der Strichweg erklärte er sei der Vater des Kindes und so wurde die Dirne ab und zur Ruhe verwiesen ja das kann man heute mit DNA Analysen weniger gut tun aber damals kam man damit durch auch schadete dem guten Vater das Ärgernis das er gegeben hatte bei seinem Oberen keineswegs sondern der General zu Rom erkannte vielmehr seine Klugheit an und beförderte ihn später zum Provinzial der oberrheinischen Provinz ich glaube dass wir hier jetzt mal eben pausieren mit der Lesung das ist ja heute auch nicht viel anders wenn du irgendwo in dem öffentlichen Amt Scheiße baust dann wirst du nach oben promoviert bis es höher nicht mehr geht manche Leute werden Bundespräsident manche werden Bundeskanzler manche werden hier und da in der Privatwirtschaft gesetzt wie zum Beispiel Herr Schröder der sich ja auch irgendwo was und man kennt das ja unter anderem von Polizei und Militär auch lass dir was zu Schulden kommen ja dann wirst du halt promoviert gut mal eben schauen wie weit geht dieser Absatz noch ein bisschen zu lange um die Stunde voll zu kriegen Michael wollen wir hier mal aufhören und dann lasse ich dich jetzt ans Wort dass du uns eben einen Schlusskommentar geben kannst ist das in Ordnung für dich ja dann ich mach mal einen Schlusskommentar genau ich hab hier eine ganze Seite mitgeschrieben während deiner Lesung und bin da jetzt zumindest zu meinem Schluss gekommen und zwar sehe ich halt einfach immer eine totale Opposition gegenüber Gottes Gebot und ich nehme mich da nicht mit aus ich denke jeder von uns hat schon mal irgendeine Verführung gehabt die ja nicht widerstehen konnte also zumindest werden wahrscheinlich die wenigsten da jetzt anders andere Erfahrungen haben aber das Thema was ich jetzt hätte ist dass ich da halt einfach immer den Unterschied sehe zwischen Gottes Liebe und zwischen dem Trieb zwischen der Triebhaftigkeit und zwar insofern indem ich jetzt mal ein ganz kurzes Negativ Beispiel nehme von einem angeblich Erleuchteten der sich Bhagwan schimpfte und der eigentlich ganz anders hieß und der jetzt 93 Volt also andersrum der seinen Anhängern verlangte totale Gehorsamkeit Leben nach seinen Regeln abgeschlossen von der Welt keine materiellen Bedürfnisse etc. etc. der dann aber hunderte Damen um sich herum schachte und zudem er einen ganz anderen Lebensstil pflegte drück ich mal so aus und dieser Mensch hatte nachweislich wohl wenn ich den Quellen glaube 93 Rolls führte also alles andere als ein spirituelles Leben sondern ein ganz materialistisches materielles Leben und wenn ich dann halt einfach den Unterschied sehe zwischen dem was gepredigt wird und dem was dann tatsächlich dann gelebt wird da kann einem ja dann nur schlecht sein Wasser predigen und Weinsaufen Michael wenn ich dich da mal eben genau ganz genau ganz genau ganz genau da würde ich drauf hinaus genau und das ist ja der Unterschied irgendwo zwischen dem wahren Christentum und zwischen vielen anderen Religionen wenn ich im wahren Christentum da habe ich einen Monotheismus da glaube ich an einen wahren Schöpfergott und da gibt es einen Begriff ich weiß jetzt nicht ob der jetzt biblisch ist zumindest ist er wohl griechisch und heißt Agape Agape beschreibt wohl nach meinem Verständnis die allumfassende Liebe all weltall also alles umfassende Liebe zu Gott dass man halt nicht nicht Schöpfung anbetet sondern den Schöpfer anbetet und das ist diese Sache dass man dann auch ja auch die Frau als Mensch wahrnimmt als Geschöpf Gottes und dieses Agape steht im krassen Gegensatz zu dem Trieb zu der Triebhaftigkeit die in dieser materiellen Welt gelebt wird und im Gegensatz zum Politheismus wo also dann mehrere Götter herrschen oder wo ein Gott herrscht der sagt ihr könnt alles machen was ihr wollt bis hin zu alles zerkraut wie der sagte tu was du willst das ist das ganze Gesetz und wenn ich dann sehe dass in vielen anderen Religionen oder Weltreligionen wie beispielsweise im Islam mehr Ehe erlaubt ist also dann Polygamie vorherrscht und eben nicht biblisch wie in der Bibel im ganz krassen konträren Gegensatz dazu Gott gesagt hat in der Genesis im ersten Buch Mose es ist nicht gut dass der Mensch allein sei ich will ihm eine Gehilfin machen er spricht nicht davon ich will ihm einen Club geben er sagt nicht er kann ruhig Frauen nehmen so viel er will er hat ja gesagt ich will ihm eine Gehilfin machen und da ist für mich der Riesenspagat oder der Riesengegensatz zu den fast allen anderen Religionen die halt da auf Mehr Ehe und Sodomie und allem da und alles ist erlaubt dann halt setzen und das ist für mich halt einfach eine totaler Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche beispielsweise auch die dann halt auch nicht biblisch vorgeht die halt eben die Frau ja da auch in einem ganz anderen Kontext sieht und wenn man sich die römische Geschichte anschaut mit ihren Festen mit ihren Saturnalien die sie da feiern da gibt es einen ganz berüchtigten Film der heißt Caligula zum Beispiel von dem Kaiser der also Tiberius nahe folgt und im Alter zwischen Anno Domini 37 bis 41 gelebt hat welche Ausschweifungen da in Rom beispielsweise unter deren damals vorherrschenden heidnischen Religionen da ausgeübt worden sind dann steht das für mich im absoluten krassen Gegensatz zu der biblischen Paradieslehre wo halt der Schöpfergott Adam eine einzige Gehilfin gemacht hat und das wäre jetzt so mein Schlusswort dass wir halt einfach unserem Schöpfergott danken dass wir ihm allumfassende Liebe schenken weil letzten Endes alles was uns umgibt und damit auch jedes weibliche Wesen was uns umgibt die Schöpfung unseres Schöpfergottes ist und dass wir halt diese Frau so schön sie auch ist immer noch als Geschöpfergottes wahrnehmen und nicht nur als irgendwelche weibliche fleischische Lust oder Lustobjekt genau sondern ich sehe halt auch eine Frau mit der ich da zusammen bin oder die ich mag ich sehe sie halt einfach immer als Geschöpf Gottes und versuche da halt einfach auch mit ihr spirituell irgendwo auf eine Ebene zu kommen klar zu kommen und das ist für mich der große Unterschied wenn ich halt sehe dass ein Bhagwan oder im Islam oder im Hinduismus oder die Mormonen beispielsweise dahin gehen können und mehrere Frauen haben können das ist so meiner Meinung nach nicht biblisch und ich habe immer in der Hinsicht immer wirklich nur eine Frau geliebt und haben wollen und ganz toll gefunden und ich denke halt einfach das kommt aus der Schöpfungsgeschichte hervor er hat uns eine Gehilfe gegeben und das ist für mich Liebe wo ich sage so diesen Menschen nehme ich an und mit diesem Menschen möchte ich zusammen sein und für diesen Menschen möchte ich da sein und da teile ich auch nicht und da erfülle ich halt einfach Gottes Gebot Ja das war ein sehr schönes Schlusswort von dir ich möchte da ein paar kleine Dinge eben drauf anmerken du sagt es wie zum Beispiel Alastair Crowley tu was du willst das ist das ganze Gesetz das ist aus seinem Buch des Gesetzes genommen es gibt da ein schönes Lied den Titel der fällt mir jetzt nicht ein aber der steht auf der auf dem Album von Genesis gesungen von Phil Collins We Can Dance und da geht es um diese TV also Fernseh Prediger Jesus He Knows Me heißt das ah ja genau genau danke Jesus He Knows Me wobei er in einem Stück singt do as I say don't do as I do tue wie ich sage tue nicht wie ich handel und das ist das was ich mit der heuchlerischen römisch-katholischen Kirche meinte was wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten wo ich sagte von ja Wein predigen äh Wasser predigen aber Wein saufen ja oder Wein oder wie auch immer ich glaube so geht ungefähr der deutsche Spruch oder Wasser predigen und Sekt saufen wie auch immer nach dem Motto die römisch-katholische Kirche und natürlich damit auch die Jesuiten die ja ein Teil davon sind predigen das eine aber tun inzwischen das andere ja an ihren Werken sollst du sie erkennen und deswegen steht in der Bibel dass Jesus Christus deutlich gesagt hat an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen wenn man die Früchte kennt Michael und das ist das Problem der meisten sie beschäftigen sich nicht mit den Werken die diese Leute machen und von damit nicht mit den Früchten die diese Werke hervorbringen und wenn ich das nicht tue dann kann ich das nicht erkennen ich meine mich hat man als Kind immer gewarnt diese Vogelbeeren die sollst du nicht essen und diesen Goldregen da sieht so wunderschön aus wie diesen Baum wunderbar lieblich verführerisch du sollst du nicht essen weil das Zeug ist giftig und genau so ist das mit der römisch-katholischen Kirche auch sie gibt sich nach außen hin als ein scheinendes Beispiel für Jesus Christus aber nach innen hin ist sie ein Sack voller toter Knochen genau wie Jesus Christus es auch gesagt hat von außen seid ihr schöne Leiber Alabaster was weiß ich wie aber innen seid ihr gefüllt mit Totemannsknochen also so ist es zumindest im Englischen ich kann es nicht die deutsche Übersetzung diese heuchlerische dieses heuchlerische Tun mit allem dem was in unserem System heutzutage damit so verbunden ist und ja nicht gegen dieses heuchlerische angehen weil das ist ja nicht politisch korrekt ich finde du hast ein sehr sehr schönes Schlusswort getroffen ich fand nur diesen einen Satz von Phil Collins aus diesem Lied da Jesus He Knows Me fand ich fand ich nochmal sehr gut angebracht damit weil das war ein Lied das fand ich immer ganz ganz toll genau wie das Lied von Deepesh Mode Personal Jesus was mit demselben Thema umgeht natürlich sind das beides absolut vom Teufel kontrollierte Gruppen aber es gibt ja auch hier und da doch mal ein paar Wörter die Wahrheit sind nur das Problem ist jeder der das Lied kennt der singt es gerne mit aber verinnerlicht sich niemals was der Text eigentlich bedeutet und was damit wirklich gemeint ist es ist ja schon es ist schon witzig wenn du jetzt Genesis nennst als ein von Teufel kontrollierte Gruppe wenn du dich an wenn du dich ans Lied erinnerst das ich persönlich ja gut finde aber da heißt das bekannteste Lied von Phil Collins I can hear it calling in the air tonight oh lord ja 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 das Lied kenne ich auch ja na gut dann bringen wir das hier mal mit zum Abschluss ich denke dass wir unseren Zuhörern und Zuschauern ein wenig oder ich hoffe das zumindest dass wir ihnen ein wenig nicht nur die Ohren sondern auch die Augen geöffnet haben über die heuchlerische Tätigkeit des Vatikan der römisch-katholischen Kirche und natürlich das Tun der Jesuiten ganz sicherlich in Bezug auf Sexualität die im Grunde wie der Autor hier auch irgendwo aber dann halt nicht im richtigen Kontext meine Sachen schreibt unschuldig ist weil Sex an sich ist die schönste Sache der Welt wenn sie betrieben wird auf die Art und Weise wie Gott es unser Schöpfer Gott es ordiniert hat von Anfang an ja ich hab da ich hätte da eine Anmerkung zu auch wenn die sehr persönlich ist ich hab mal eine Frau gekannt mit der war ich ähm dann auch intim und sie sagte zu mir also wenn du mich anfasst das ist ganz anders als alle Männer die ich jemals in meinem Leben gehabt habe und da hab ich sie nur angeguckt und hab gesagt ja das liebe ja das ist äh das ist schön ich hab da auch vor wenigen Jahren eine Erfahrung mitgemacht aber die behalte ich jetzt mal hier für mich ähm das war nicht in der Hinsicht aber das war auch das war auch ja bei mir ging das darum das ging darum dass ich dann halt ähm bei der Frau in der allerkürzesten Zeit nachdem wir uns dann gesehen hatten äh um ihre Hand anhielt äh weil ich äh nicht in die Sünde geleitet werden wollte durch Sex mit ihr außerhalb der Ehe zu haben ich wollte mich ehelich zu ihr verpflichten naja und das hat sie leider ein wenig anders gesehen deswegen ist das dann im Endeffekt auch kaputt gegangen aber das ist eine andere Geschichte und äh da bist du auch nicht der Einzige aber es ging ja einfach nur darum zu zeigen der Unterschied zwischen ähm reiner körperlicher Betätigung also Trieb Triebhaftigkeit ausleben eben die was ja in den ganzen polytheistischen Regionen Religionen dann auch völlig okay ist äh zu eigentlich der der Liebe zum 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 Schöpfergott und ähm ähm das halt einfach äh der der Schöpfergott halt einfach nur einige Hilfen gemacht hat so und dem Adam und das war halt Eva gewesen und so kann sich jeder eigentlich zu seine persönliche Eva dann äh suchen und äh die kann er dann ja dann auch ähm ähm lieben mit allen seinen Herzen aber ja nur pass auf wenn du jetzt sagst da kann sich jeder seine eigene Eva suchen dann verstehen die alle jetzt kann ich sie alle erstmal ausprobieren und dann nehme ich mir die die mir am besten gefällt und das ist eben genau das Problem was wir heute in dieser Welt ja eben haben dieses Ausprobieren verstehst du ähm dieser Sex vor der Ehe und äh Ehe und Liebe hat mit Sex nichts zu tun aber zu einer perfekten Ehe und zu einer perfekten Liebe gehört Sex guck mal die Welt ist ja aber die Interpretation in dieser Welt ist da so verkehrt drin weil wir ja von klein auf an auch in einem System groß werden das uns ganz andere Werte vorstellt das ist das Ding genau diese Werte die wir jetzt hier versuchen den Menschen klar zu machen am Schluss dieses Videos ist ja etwas was viele vielleicht was vielen vielleicht noch gar nicht bewusst gewesen ist ob sie jetzt ähm ob sie jetzt überhaupt äh Christ sind oder kein Christ sind ich glaube viele Leute verstehen das Konzept überhaupt nicht dass jeder Sex außerhalb der Ehe Unzucht ist und sie verstehen nicht was jeder Sex außerhalb der Ehe ist nein weil es ja jeder macht in Anführungsstrichen jeder eben und ich war so geschockt ich hab vor vor 15 Jahren bin ich über die Straße gelaufen abends und hab da ein Plakat gesehen wo eine ganz bekannte äh regionale Zeitschrift ganz groß geschrieben hat Seitensprungparty und ich war ich war ich hab ich kann jetzt ich 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 kann mich doch jetzt nicht vertun lese ich das wirklich ist das wirklich so eine Seitensprungparty ja also ich war das ist 15 bis 20 Jahre her ich war ich war vorhin in Socken ja und so so sieht halt einfach die Verrohung und aus und aufgrund von mangelnden moralischen Werten aufgrund von mangelnden ähm äh ja ethischen Vorbildern da draußen weil jeder darf ja alles tun ist ja alles super ähm ja da haben wir letzten Endes dann irgendwo keine Leitkultur mehr und die Leitkultur ist für mich eigentlich die Bibel das ist das gesprochene Wort Gottes ja also dem gibt es jetzt nichts mehr hinzuzufügen Michael ja ich glaube hierbei sollten wir es belassen das war ein sehr schönes Schlusswort von dir die Bibel ist das Leitwort an das wir uns alle halten sollten jeder sollte neben dieser Lesung die er hier verfolgt hat seine eigenen Untersuchungen anstellen das habe ich immer benachdruckt und Michael tut das auch aber an der Basis jeder eigenen Untersuchung muss die Wahrheit stehen und die findet man nur in der Bibel also erst die Bibel und dann alles andere weil wenn ihr die Bibel versteht gelesen habt glaubt und wenn ihr die Bibel lebt dann ist alles andere für euch auf einmal so deutlich wie heuchlerisch betrogen und verzogen und versündigt diese Welt ist in der wir heute leben Michael ich danke für dein Kommen und dein Beitrag zu dem Lesen heute auch dass du für mich kurz eingesprungen bist als die Natur einen starken Ruf ausgelöst hat und bis zum nächsten Mal ich freue mich drauf dich wiederzusehen ich freue mich drauf meine Zuschauer wiederzusehen oder wiederzuhören auch die Kommentare die ich inzwischen auf diesen Videos bekomme sind ja sehr positiv in der Hinsicht dass diese Lesung gut angenommen wird auch wenn ich jetzt erst elf Videos hochgeladen habe wir sind heute in Nummer 32 wie sich das entwickelt werden wir noch sehen aber wie gesagt ihr kriegt noch mehr Griesinger von mir wir fahren nächstes Mal mit diesem Buch Buch 3 in Band 1 fort danach kommt Band 2 mit Büchern 4, 5, 6 und 7 und dann vielleicht noch das neue Buch Mysterien im Vatikan von Griesinger für heute danke fürs Zuhören danke fürs Zuschauen danke fürs Kommentieren euch noch einen schönen gesegneten Sabbat oder anderen Tag an dem ihr das auch immer schaut dir auch Michael bis zum nächsten Mal Maranatha ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017